Hallihallo, ich begrüße euch aus Rapid Transit, hier ist Trains & Play mit einem Szenario vom lieben Tom Fresco, Baureihe 185. Wir befinden uns im Szenario Rapid Freight 2, der Link ist in der Videobeschreibung, erhältlich im Creators Club, also auch für die Konsolen spielbar. Wir sitzen in der Baureihe 185, 248-2 der Deutschen Bahn, ehemals DB Ralion Lock, man sieht noch, dass Ralion da durchscheinen. Und haben hier diese FALNS Wagen, genau, also ein Kohletransport, sind sogar beladen, wie wir sehen. Und wir stehen hier gerade in, was ist mit der Anzeige los? Achso, das ist nur das Licht, vielleicht dachte ich schon. Wir stehen hier gerade in Leipzig Messe und fahren bis nach Dessau. Deshalb, bevor wir hier weiter rumtrödeln, einmal rein in die Kiste und aufrüsten, was wir aufrüsten können. Das ist die 185, von der mein Spessart waren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, der hintere Stromabnehmer, so oben, das ist eher weniger gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal den Hauptschalter raus, Stromabnehmer runter. Genau, und wählen mal stattdessen den Stromabnehmer Nummer 1 vor. Das wäre dann hier, das ist der hier. Genau, also Stromabnehmer hoch. Jawoll, Hauptschalter hinterher. Jawoll, das funktioniert. Sehr gut, das haben wir dann soweit. Wir fahren jetzt erstmal ohne AFB. Wir sollten dafür, wir sollten allerdings mal die PZB anschalten. LZB geht nicht, PZB machen wir an, LZB machen wir an. Wir sind in der unteren Zugart. Das ist vermutlich genau richtig. Jawoll, das funktioniert alles. Hier gehen wir noch auf die Fahrmotoransicht. Wir haben Ausfahrt schon gegeben. Da kommt noch eine 425 rein. Dann würde ich sagen, der Fahrplan ist an dieser Stelle zu ignorieren. Der ist für die Mensch-Bessart-Bahn. Wir lösen die Bremsen. Die Lokbremse ist schon gelöst. Und schalten Leistung auf. So, wir dürfen ausfahren mit 160. Da wir in der unteren Zugart sind, VMAX 100 für uns. Genau, das ist die 185 von der Mainz-Bessart-Bahn. Heißt also, die ist natürlich jetzt nicht ganz so die qualitativ beste 185, die wir im Spiel haben. Das ist nämlich die von Dresden-Rieser. Aber das ist okay. Ich würde ehrlich gesagt gerne noch Fernlichten anmachen. Wir schalten einmal die Leistung ab. Dann einmal die AFB an. So, das hat schon funktioniert. Und gehen wir jetzt mit dem Leistungshebel auf die... Nein, nein. Nein. Auf die 100. Vorsignal ist grün. Da vorne geht die Sonne gerade unter. Und wir genießen hier einfach mal die Fahrt in den Sonnenuntergang hinein. Können natürlich wie immer hier uns um... Das war das Falsche. Um den Verwölkungsgrad zum Beispiel kümmern. Da können wir noch ein bisschen was umstellen. Der Wind, die Vegetation. Also so eine Art quasi dynamisches Wetter. Dynamisches Wetter, das wäre ein cooles Feature für die Zukunft. Definitiv. Würde ich mich sehr freuen, wenn ich dynamisches Wetter irgendwann den Weg in den TSW finden würde. Oder? Welche Features würdet ihr euch wünschen? So für die Zukunft würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Also jetzt nicht nur so auf Strecken gezogen. Welche Strecken, welche Fahrzeuge. Sondern tatsächlich so welche technischen Features. Sowas wie dynamisches Wetter zum Beispiel. Das wäre was. Oder was wir bei der... Class 484 von Rivet Games gesehen haben. Die Lichtbogeneffekte der Oberleitung beziehungsweise der dritten Schiene. Oder was es halt sonst noch so so gibt. Da ist eine 204. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Der Link zu dem Szenario ist natürlich in der Videobeschreibung. Erhältlich im Creators Club. Gebaut von Tom Fresco. Repaints sind heute mal nicht mit dabei. Ausnahmsweise. Das kommt bei mir eher selten vor. Ich weiß. Und noch eine 204. Mit Habinswagen. Wir müssen natürlich bei der Bremskurve auffassen. 55 ist es dann. Bei einer 1000 Hertz Beeinflussung. Ich bin übrigens kein echter Lokführer. Ich mache das nicht in Realität. Ich erwähne das ab und an mal. Aber ich glaube bei meinen Fahrskills ist das sowieso klar. Oh, wir haben Zickzack-Oberleitung bei Rapid Transit. Achso, übrigens. Hier sind zwei Mods mit dabei in Rapid Transit. Die eine Mod verändert die Ballasttexturen. Also hier den Gleisschotter. Das ist dann jetzt der Gleisschotter aus Dresden-Riesa. Und die andere Mod hat einen Einfluss darauf, wann beziehungsweise um wieviel Uhr was für eine Art Beleuchtung bei den Bahnhöfen und so eingeschaltet wird und in der Umgebung. Die Ballasttextur ist vom lieben Schieber. Und die Mod mit der Veränderung der tageszeitabhängigen Lichtintensität der Bahnhofs-Stationsüberdachungen ist von der lieben Aurora. Oder Anna, je nachdem. Ich gucke mal, dass ich beide Mods auch noch in die Videobeschreibung verlinke. Die sind dann natürlich nur für den PC und nicht für die Konsole. Aber es macht schon einen großen Unterschied. Ich finde Rapid Transit zusammen in Kombination mit diesen veränderten Indie-Einstellungen, ich habe es ja schon mal, glaube ich, in den letzten paar Videos erwähnt, dass ich bei den Engine-Einstellungen ein bisschen was verändert habe. Also, das macht schon einen großen Unterschied. Ich finde, so sieht Rapid Transit eigentlich fast schon aus wie eine Strecke, die, ja, die halt gar nicht mal so lange her ist vom Release her. So, von der reinen Optik. Auch wenn Rapid Transit die älteste deutsche Strecke ist. Ich glaube, wir sind auch noch nie den Talen 2 aus Rapid Transit zusammengefahren. Aber gut, es ist halt auch einfach ein qualitativ nicht mehr mit heutigen Standards zu vergleichendes Fahrzeug. Da ist natürlich der Talen 2 aus Köln-Aachen oder Dresden-Rieser ist da natürlich ganz, nochmal eine ganz andere Nummer. Und generell bin ich kein Fan von Talen 2. Insofern bin ich sowieso immer schon nicht ganz so sehr dem Zugenack den Talen 2 zu fahren. Es gefällt mir einfach nicht. Ich finde ihn einfach nicht schön. Und er ist halt einfach so ewig bekannt, dieser Führerstand. Das ist einfach der älteste deutsche Führerstand im TSW der Talen 2. Und irgendwie hat jeder schon diesen Führerstand 30.000 Mal gesehen. Insofern, mich reizt es einfach nicht so sehr den Talen 2 zu fahren. Da finde ich hier so einen Güterzug ehrlicherweise schon etwas, ja etwas interessanter. Außerdem bedeutet Talen 2 fahren, dass man die ganze Zeit anhalten muss, alle paar Meter gefühlt. Und das finde ich jetzt auch nicht so, ist auch nicht so cool. Für mich zumindest. Bin ich so ein Fan von S-Bahn-artigen Zugverkehr. Ich finde dann eher so die langen Strecken sehr interessant, wo man halt eher weniger Halter hat. Und klar, mit einem Güterzug geht sowas immer super. Aber auch so eine Fernverkehrsstrecke, wo man wirklich mit dem ICE unterwegs ist. Das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch, wenn es jetzt eine neue deutsche Strecke gäbe. Es gibt ja eine, wir wissen ja nicht, welche das ist. Aber das wäre natürlich auch sehr, sehr schön, wenn es da irgendwie so eine, wenn es so eine wirklich lange Fernverkehrsstrecke wäre. Hätte auf jeden Fall was Reizvolles an sich. So, das Signal zeigt immer noch Fahrt. Oh, es wackelt aber wie sonst was. Ist auch ganz entspannt hier mit der AFB zu fahren. Aktuell ist es wohl so, dass sich möglicherweise ein Zug auch irgendwo vor uns befinden könnte. Das stand zumindest in der Beschreibung des Szenarios. Insofern kann es sein, dass wir irgendwann mal zwischendurch tatsächlich anhalten müssen. Also ist das im Grunde genommen schon angekündigt, daher immer schön wachsam. Achso, und als ich gefragt habe, was ihr euch so für Features wünscht, ja, so ein Editor wäre natürlich toll. Aber da hat, glaube ich, schon, das wurde schon mehrfach seitens DTG gesagt, dass der nicht kommen wird. Auch in Zukunft nicht, also ist es nicht geplant. Insofern. Ah, da ist er, der Talent 2, wenn ich schon gerade immerhin so abgelästert habe. Aber bei dieser silbernen Lackierung finde ich den auch gar nicht mal so hässlich. Macht eigentlich was her. So, 34 Kilometer noch sind wir in Dessau. Sehr schön, in den Sonnenuntergang direkt hinein. Gut, das ist natürlich, in Realität werden wir jetzt extremst geblendet. Und könnten vermutlich jetzt gar nichts mehr sehen. Aber jetzt hier so im Simulator macht das auf jeden Fall gut was her, direkt auf die Sonne zuzufahren. Also Vorsicht, Leand ist weiterhin grün. Ein seltener Anblick für Deutschland. Windräder. Das mag zwar so ein bisschen absurd schnell aussehen, wie schnell die sich so drehen. Aber ich habe ja, wir sehen es ja hier, den Wind voll eingestellt. Und tatsächlich ist das so, beachtet, dass man in Realität, wenn es windig ist, wenn es wirklich sehr windig ist, dann drehen die sich auch so schnell. Das ist faszinierend, weil die ja, wenn man vor denen steht, erst merkt, wie groß so ein Windrad ist. Und wenn man dann sieht, wie schnell sich das dann bewegt, ist das kaum begreifbar eigentlich. Also normalerweise auf der Strecke ist ja LZB verbaut. Die auch funktioniert. Aber leider ist an unserer 185 keine LZB verbaut. Also können wir die leider nicht nutzen. Ah, 146. Sehr schön. Und wir haben halt zu erwarten. So, schnell runter auf unter 55. So. Lösen einmal aus. So, wollen immer noch nicht stehen bleiben. Schauen wir mal, wo das rote Signal ist. Ich kann es noch nicht erkennen, dass das ein Vorsignal-Wiederholer ist. So, wir rollen jetzt einfach mal. So. Wir rollen jetzt einfach mal. Da ist das rote Signal. Ich nehme mal die E-Bremse. Bestätigen wir. Oh, Moment. Ah, 100. 500 Hertz bringen wir nicht. So. Jetzt stehen wir hier erstmal. So. Ich nehme mal. Okay. So. Leider fehlt den Wagen der Sound. Das finde ich manchmal echt schade, dass bei den Güterwagen immer mal wieder der Sound einfach weg bricht. Oh, wir dürfen fahren. Sehr gut. Und wir werden aufs Gegenleist geleitet. Also lösen wir die Bremsen. Und fahren an. Vmax 25 bei 500 Hz Magnetbeeinflussung. Und wir dürfen mit 100 weiterfahren. Wobei echt mit 100? Und dann werden wir aufs Gegenteil geleitet. Ich würde hier ehrlicherweise nicht über diese Weiche mit 100 fahren wollen. Da. Da war ja doch 100. Tatsächlich. Verrückt. Aber okay. Wenn das so ist, dann ist das so. Dann lässt die Weiche 100 zu. Habe ich mir ja nicht ausgedacht. Solange wir jetzt nicht entgleisen. Sind wir auf jeden Fall auf dem Gegendreis unterwegs. Und dann werden wir jetzt. Das sieht doch schon wieder gefährlich wie Halt zu erwarten aus. Oder? Ne doch nicht. Glück gehabt. So, die E-Bremse wird voll reingenommen. Das macht die AFB ganz gut, die arbeitet hier echt gut mit, auch wenn unser Zug gar nicht mal so leicht ist. 140, 101. Also ein PBZ-Card an uns vorbeigefahren. Das ist ganz interessante Kombination. Das war übrigens die Metropolitan 101. Moment mal, das war die Metropolitan 101. Interessant. Das könnte knapp werden. Also E-Bremse ist voll drin. Okay, das hat funktioniert, sehr gut. So, Bremsen sind gelöst. Nicht anhalten, komm schon, wir haben noch ein bisschen Weg. Also von der Beleuchtung her finde ich es echt schön. Das ist, glaube ich, dank der Mod von der lieben Anna. So. Hat so ein bisschen was von Dresden Riesa jetzt mittlerweile, ne? So. 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 Da ist der 500 Hertz Magnet. Der kann uns aber nichts anhaben, weil wir schon 22 oder nur noch 22 waren. so. Gute Frau. Das ist sehr gefährlich, was sie hier machen. Okay. Hier ist noch 143. Mach ich. Das Signal ist grün für ... weiß ich nicht für wen. Der Zug hat jedenfalls keine Fahrtberechtigung. Ich weiß sogar nicht in welche Richtung er fährt, steht auf jeden Fall nicht einsteigen. Vielleicht fährt er auch gar nicht. hier stehen wir jedenfalls. Hier stehen wir jedenfalls. Und warten. dann. Auf den Talents 2 da vorne. so. Hier fährt er noch Leipzig. Okay. Sieht minimal gruselig aus mit den Schatteneffekten. nach Leipzig. Dürfen wir fahren? Jawoll. Wir dürfen fahren. Wir lösen die Bremsen. Und schalten Leistung auf. Dann. 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 gucken wir dich an. So. Ab hier dann 120 mit Ankündigung auf 60. Das ist schon so großartig. Ich bin ein paar fís. Das ist schon großartig. Wir können schon mal auf die 50 auf jeden Fall hoch. Und befreien uns, sehr gut, und auf die 60. Jetzt werden wir hier die Bäume so im Wind tanzen, das sieht sehr schön aus, das finde ich gerade. Hat auch ein bisschen was Gruseliges. Ich weiß gar nicht, warum wir hier 60 fahren. Vermutlich werden wir über eine Weiche geleitet, sonst kann ich mir das nicht erklären. Aber bestimmt jetzt gleich hier rechts rüber. Ja. Sehr gut, und ab hier dürfen wir dann 120 fahren. Können wir schon mal bei der AFB einstellen. Ah ne, 100. Vergessen. MRCE 185. Mit Kesselwagen. Können noch mal hier so ein bisschen die G-Buchs-Variablen anpassen. Ein bisschen. Ja. So sieht es ganz gut aus, mit wenig Bewölkung. Vorbei an Greppin. Und dann haben wir immer noch ganze 22 Kilometer vor uns. Ich hoffe jetzt aber ohne einen Halt zu erwarten. Ich weiß nicht, ob wir eigentlich jetzt gerade einem Fliege noch hinterher fahren oder nicht. Bin ich mir gar nicht so sicher. Weil wenn doch, dann wäre es eigentlich ganz sinnvoll, die Durchschnittsgeschwindigkeit ein wenig zu verringern. Das ist schon mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Vorbei an der nächsten Bahnhof, am nächsten Haltepunkt mit Antikalüro 120 braucht uns nicht weiter zu interessieren. Also die Strecke Rapid Transit ist glaube ich die, die ich am seltensten bisher gefahren habe oder auf der ich am seltensten bisher gefahren bin. Schnell runter auf unter 85, auch wenn die 70 nur angekündigt waren. Aber so ist das halt, wenn man an der unteren Zugart unterwegs ist. Und so ist das halt, wenn man an der unteren Zugriff kommt. Weil ich am seltensten unterwegs war, von den deutschen Strecken her. Klar, die amerikanischen und englischen Strecken, die sind dann noch ein bisschen nochmal was anderes, weil die dann mehr so ein Randinteresse füllen maximal. Gut, die US-amerikanischen nicht mal das wirklich, ehrlicherweise ist es cool gemacht. So ein zusätzliches am Sperr-Ausguck-Fensterchen. Hier am Bahnhof von Jesnitz. Ja, wir haben noch ein ganzes Stück für uns hoch. So, ab hier dürfen wir wieder auf 100 hoch. Insofern Leistung zurück und AFB schon mal auf die 100 einstellen. Also ich glaube, auf gar keinen Fall sollte man bei einem Güterzug, vor allem bei einem beladenen Güterzug, mit der AFB beschleunigen. Weil die AFB, glaube ich, manchmal dazu neigt, so ein bisschen ruckartig zu beschleunigen. Und das kann gerade bei so einem beladenen Güterzug durchaus zu Problemen bei der Kupplung führen, dass da am Ende irgendwie was auseinanderreißt. Weil man zu ruckartig da anzieht, deshalb muss man auch eigentlich die Leistung ein wenig diskreter aufschalten, als ich es mache. So, der nächste Bahnhof, äh, Haltepunkt. Vorbei an der 185 von Raidfold, sehr schön. Mit einem ganz kurzen Güterzug. Ja, die Strecke ist eigentlich recht lang, ne? Also hier oben haben wir Dessau, hier unten, das ist, glaube ich, der Bereich des Leipziger City Tunnels. Irgendwie hier so, ne, hier so. Und dann geht's noch ein paar Meter weiter. Ich find's immer wieder herrlich, wie weit wir reinzoomen können. Ich krieg davon nicht genug. Oh. Wir hätten natürlich die, äh, Zug-Sammelschiene ausschalten sollen. Und da ist auch schon der nächste Halterpunkt. Und da ist auch schon der nächste Halterpunkt. Und da ist auch schon der maintained, äh, Zug-Sammelschiene ausschalten sollen. Was ich ganz cool fände für zukünftige Fahrzeuge, wenn mehr Maschinenwohnen begehbar werden, bei der 185 ist das ja nicht der Fall, aber es wäre ganz cool, wenn das bei einem neuen Fahrzeug möglich wäre. Wir haben ja ein paar Maschinenräume, die wir begehen können auf den Loks. Die 182 zum Beispiel, die 143, die 112, die 155, da sind die Maschinenräume begehbar. Aber weil es halt auch einfach sinnvoll ist, weil man dort die Sicherungssysteme zum Beispiel einschaltet. Das machen wir hier bei der 185 eben im Führerstand. Insofern ist da gar nicht so die Nötigkeit, einen Maschinenraum auszumodellieren. Aber es gibt ja sicherlich noch andere Loks, wo das vonnöten wäre. Gerade so die Altbau-Loks, ist klar. Aber vielleicht auch der ein oder andere Zug mit Triebkopf. Die ist uns mittlerweile untergegangen. Und wir haben nur noch sieben Kilometer und dann sind wir da. Dann haben wir die Fahrt geschafft. Was ich auch zum Beispiel schön fände, wäre eine Karte, die etwas mehr bringt als diese Karte. Denn die Karte ist aktuell komplett ohne jeglichen Nutzen. Klar, so ein Szenario-Planner und Delivery-Designer in der geupdateten Form ist natürlich auch ein Wunsch, der immer wieder geäußert wurde. Also Multiplayer natürlich auch, wobei mich ehrlich gesagt der Multiplayer nicht wirklich interessieren würde. Ich fände es nicht schlimm, wenn wir keinen Multiplayer hätten. Ob jetzt in diesem Zug hier gegenüber, den ich für ungefähr drei Sekunden sehe, irgendjemand sitzt, der jetzt mit mir im gleichen Service oder die KI. Das kann mir am Ende dann doch gänzlich egal sein. Ist ja nicht so, dass wie bei einem Autorennen oder wie jetzt im Flight Simulator oder so, man niemanden daher fahren könnte. Und irgendwelche, weiß ich nicht, Formationen fliegen könnte oder was auch immer. Das geht ja nicht auf den Gleisen. Wir haben ja Signale hier, wir haben ja ganz festgelegte Fahrwege. So, das Einzige, was halt in irgendeiner Form möglich wäre bei einem Multiplayer, wäre halt eben, wenn irgendwie die andere Figur von dem jeweils anderen Spieler oder der Spielerin, äh, dann weiß ich nicht, hier sich hinsetzen könnte im Führerstand. Und dann denke ich mir auch, ja toll, schön. Denn ich würde halt nicht wollen, dass diese Figur dann mit meinen Bedieninstrumenten hier interagieren könnte. Weil ich mir vorstellen kann, dass im Multiplayer da ziemlich viele Trolls dann rumlaufen könnten, die dann einfach nur da sind, um anderen Leuten die ganze Zeit irgendwelche Zwangswämmungen reinzuhauen oder so. Also, ich glaube, das macht auch niemandem Spaß, außer den paar Trollsdieb. So was dann als witzig empfinden. Eine äußerst geschmackslose Form von Humor. So, zwei Kilometer noch. Ich nehme schon mal die Leistung aus. Die Ankündigung auf 130 musste nicht bestätigt werden. Hat aber geblinkt. Oh, das musste doch bestätigt werden. Verstehe ich jetzt aber nicht genau, warum. Aber gut, dass wir es gemacht haben. Das macht jetzt bitte auch nicht schlecht. Ich kiffe etwas Churches. Hmm. So, halt zu erwarten. Und dann halten wir in einem Kilometer an. In Dessau, da steht einiges an Rollmaterial. Zumindest noch 143 und in Talen 2. Wir werden dann hier über dieses Gleis rechts geleitet. Genau, die Weiche steht auch auf geradeaus. Also werden wir hier an den Bahnstecken entlang geleitet. Da vorne ist unser Signal, an dem wir halten müssen. Und der 500 Hz-Bahn geht erst da. So. Sind wir hier schon über der Weiche? Ja, sind wir. Über alle? Ja. Sind wir. Also können wir auch hier anhalten. Perfekt. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche alles Liebe und alles Gute.